Das Herzogtum Sachsen-Weimar war ein Land des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Thüringen und wurde von den ernestinischen Wettinern regiert. Die Haupt- und Residenzstadt war Weimar. Es entstand bei der Erfurter Teilung 1572 und ging 1741 im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach auf. Geschichte Vor Geschichte Weimar vor dem Machtantritt der Wettiner Die älteste Erwähnung des Ortes Weimar stammt aus dem Jahr 899 oder aus dem Jahr 915. Im Jahr 949 traten zum ersten Mal Grafen von Weimar auf. 1062 wird die Grafschaft Weimar mit dem benachbarten Orlamünde zur Grafschaft Weimar-Orlamünde vereinigt. 1112 stirbt das Grafengeschlecht aus Die Grafschaft fällt zunächst an eine Nebenlinie der Askarnier. 1140 an deren Hauptlinie unter Albrecht dem Bären, dessen Sohn Hermanni, gründet nach dem Tode Albrechts 1170 die jüngere Linie der Grafen von Weimar-Orlamünde. Die Askarnier können sich bis 1365 halten, als sie im Zuge ihrer Niederlage im Thüringer Grafenkrieg ihre Grafschaft dem Hause Wettin als Lehn auftragen mussten. 1486 sterben die askarnischen Grafen schließlich aus Wettin zieht die Grafschaft als erledigtes Lehn ein. Seitdem gehörte die Grafschaft endgültig zum Machtbereich der Wettiner. Weimar unter den Wettinern bis zur Erfurter Teilung. Die Wettiner hatten ihre Machtbasis zunächst in Meißen, denn die Mark-Grafschaft Meißen gehörte ihnen seit 1088. Von dort aus weiteten sie ihre Machtstellung in Mitteldeutschland aus. Der Erwerb der Landgrafschaft Thüringen 1263 durch Heinrich den Erlauchten stellte einen Meilenstein auf diesen Wege dar. Die Grafschaft Weimar gehörte nur zu einem der vielen Territorien, die die Wettiner in Mitteldeutschland erwarben. Und sie schenkten dem er abgelegenen Ort zunächst nicht viel Aufmerksamkeit. 1423 erwarb Mark-Graf Friedrich IV., der Streitbare von Meißen das Herzogtum Sachsen-Wittenberg in Nachfolge der dort ausgestorbenen askarnischen Herzöge. Mit dem Herzogtum verbunden waren die Kurwürde im Heiligen Römischen Reich und das Amt des Erzmarschalls des Reiches. Als vornehmsten Titel übertrugen die Wettiner die Bezeichnung Sachsen zukünftig auf alle ihre Besitzungen, so entstand auch der Name Sachsen-Weimar. 1485 teilten Kurfürst Ernst von Sachsen und sein Bruder Herzog Albrecht III. von Sachsen ihre Besitzungen. Es entstanden zwei Linien der Wettiner, die bis heute existieren, die Ernestiner, die Nachkommen des Kurfürsten Ernst und die Albertiner, die Nachkommen Albrecht III. Die Kurwürde und auch Weimar verblieben zunächst bei der älteren Linie, den Ernestinern. Haupt- und Residenzstadt der Ernestiner war zunächst Wittenberg, sodass Weimar weiterhin keine bedeutende Rolle spielte. 1486 wurde Friedrich III. der Weise ein Sohn Ernstes von Sachsen-Kurfürst. Er förderte die Reformation und schützte Martin Luther, den er zum Professor an seiner Universität in Wittenberg berief. Seitdem waren die Ernestiner die Schutzmacht der Protestanten im Reich und gerieten damit in zunehmendem Gegensatz zu dem katholischen Kaiserhaus. Der Habsburger. Nach dem Tode Friedrich des Weisen folgte ihm 1525 sein jüngerer Bruder Johann der Beständige, 1532 schließlich dessen Sohn Johann Friedrich I., der Großmütige unter diesem kam es zur Katastrophe für die Ernestiner. Der Gegensatz zwischen Katholiken und Protestanten im Reich war inzwischen so groß geworden, dass er sich 1546-1547. im Schmalkaldischen Krieg entlud. Der Schmalkaldische Bund, das Bündnis der Protestanten, erlitt am 20. April 1547 in der Schlacht bei Mühlberg eine kriegsentscheidende Niederlage. Johann Friedrich I., der Großmütige, geriet dabei in kaiserliche Gefangenschaft. In der Wittenberger Kapitulation musste er harten Friedensbedingungen zustimmen, die Ernestiner verloren alle Territorien außerhalb Thüringens. Die Kurwürde wurde auf Herzog Moritz von Sachsen aus der albertinischen Linie übertragen, den Ernestinern blieb nur der Titel eines Herzogs von Sachsen. In 1552 wurde Johann Friedrich I. aus der kaiserlichen Gefangenschaft entlassen, da er durch die Wittenberger Kapitulation auch seine Hauptstadt Wittenberg verloren hatte, macht er Weimar für die letzten Jahre seines Lebens zur Residenz. Die Erfurter Teilung nach dem Tode Johann Friedrich I., im Jahre 1554 regierten dessen drei Söhne zunächst gemeinsam, teilten jedoch 1565 ihren Besitz. Es entstand der Landesteil Eise nach Coburg und ein weimarischer Landesteil. Der älteste Bruder, Johann Friedrich I. der Mittlere nahm seine Residenz in Gotha. Von dort begann er eine abenteuerliche Politik, die gegen Kaiser und Reich und auf die Rückgewinnung der Kurwürde und der 1547 verlorenen Gebiete gerichtet war. Der Kaiser verhängte die Reichsacht gegen ihn und beauftragte den Kurfürsten von Sachsen mit der Reichsexekution. Johann Friedrich I. der Mittlere wurde daraufhin in Gotha belagert und geriet in kaiserliche Gefangenschaft, die er bis zum Ende seines Lebens nicht mehr verlassen konnte. Johann Friedrichs jüngerer Bruder, Johann Wilhelm, der sich an der Reichsexekution gegen seinen Bruder beteiligt hatte, erhielt die von Johann Friedrich eingezogenen Gebiete. Die ernestinischen Territorien in Thüringen waren damit ein letztes Mal in einer Hand vereint. Auch Johann Wilhelm macht sich jedoch schnell beim Kaiser unbeliebt, als er als General in die Dienste dessen Erzfeindes, des Königs von Frankreich, trat. 1570 verfügte der Kaiser deshalb, dass die beiden Söhne des immer noch gefangenen Johann Friedrichs des Mittleren wieder in ihre Erbrechte eingesetzt wurden. Johann Wilhelm musste einer Teilung seiner Gebiete zustimmen. An seine beiden Neffen gingen die abgetrennten Gebiete Sachsen-Koburg und Sachsen-Eise nach Johann Wilhelm Behegweimar. Dieser als Erfurter Teilung bezeichnete Vertrag wurde 1572 rechtskräftig. Seit dieser Teilung, der noch viele andere folgen sollten, die in Thüringen schließlich einen Flickenteppich kleinerer und kleinster Staaten entstehen ließen, gab es immer mindestens zwei ernestinische Staaten. Seit der Erfurter Teilung spricht man deshalb vom Herzogtum Sachsen-Weimar. Weitere Landesteilung Das Herzogtum bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges Durch die Erfurter Teilung wurde der Besitz Johann Wilhelms auf ein unbedeutendes kleines Territorium reduziert. Der Herzog starb verbittert im Jahre 1573. Da bei seinem Tode seine beiden Kinder noch minderjährig waren, wurde das Herzogtum zunächst von einer Regentschaft verwaltet, die Kurfürst August I. von Sachsen führte. 1586 bestieg Johann Wilhelms ältester Sohn Friedrich Wilhelm I. den herzoglichen Thron. Er regierte seit 1591 auch das Kurfürstentum Sachsen als Regent, da dort ebenfalls nur ein minderjähriger Thronfolger vorhanden war. Er hielt sich deshalb die meiste Zeit im wesentlich bedeutenderen Kurfürstentum auf und hinterließ im Herzogtum Sachsen-Weimar kaum bemerkenswerte. Impulse 1601 endet seine Regentschaft im Kurfürstentum. Friedrich Wilhelm I. kehrte nach Weimar zurück, starb jedoch schon im folgenden Jahr. Im Herzogtum folgte ihm sein jüngerer Bruder Johann III. Die Söhne des verstorbenen Friedrich Wilhelm I. verlangten von Johann ihren Erbteil, womit es 1603 erneut zur Landesteilung kam. Das Herzogtum Sachsen-Altenburg wurde von Weimar abgetrennt und den Söhnen Friedrich Wilhelm I. übergeben. Johann war mit Dorothea Maria, einer geborenen Prinzessin von Anhalt, verheiratet. Mit dieser hatte er zwölf Kinder. Johann III. verstarb 1605. Da alle seine Kinder zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig waren, wurde wiederum eine Regentschaft eingesetzt, die erneut durch den Kurfürsten von Sachsen geführt wurde. 1615 übernahm dann Johanns ältester Sohn Johann Ernst die, der Jüngere, die Herrschaft. Das Herzogtum im Dreißigjährigen Krieg Die Söhne Herzog Johann III. 1617 starb die Herzoginnen Mutter Dorothea Maria. Bei ihrer Beerdigung wurde von Johann Ernst dem Jüngeren, seinen Brüdern Wilhelm und Friedrich, seinem Onkel dem Fürsten von Anhalt Köthen die fruchtbringende Gesellschaft gegründet, die sich bald zur führenden literarischen Gesellschaft des deutschen Barock entwickeln sollte. Das Herzogtum begann zum ersten Mal auf kulturellem Gebiet in Deutschland eine wichtige Rolle zu spielen. Die finanziellen Probleme seines Landes gedachte Johann Ernst der Jüngere durch die Verpflichtung eines Goldmachers zu lösen. Dessen Experimente führte zwar nicht zur Umwandlung von gewöhnlichem Metall in Gold, hatte aber zur Folge, dass 1618 die Kasekunden herzogliche Schloss in Weimabes auf die Grundmauern abbrannte. Zwar begann Johann Ernst sofort mit dem Wiederaufbau. Seine finanziellen Probleme und der im gleichen Jahr beginnende Dreißigjährige Krieg führten allerdings dazu, dass das Schloss noch lange Zeit eine Ruine bleiben sollte. Nach Kriegsbeginn unterstützte Johann Ernst mit Eifer die protestantische Sache. Er gehörte zu den Heerführern des Winterkönigs Friedrich V. von der Pfalz und teilte dessen Niederlage in der Schlacht am Weißen Berg. Da sich Johann Ernst nach der Schlacht weigerte, sich dem Kaiser zu unterwerfen, trat er als Herzog von Sachsen-Weimar zurück, um nicht den Zorn des Kaisers gegen sein Land zu lenken. Johann Ernst blieb protestantischer Heerführer, nahm noch an verschiedenen Schlachten des Krieges teil und verstarb schließlich 1626. Im Herzogtum übernahmen die jüngeren Brüder die Regentschaft, und deren Ältester bestieg schließlich nach dem Tode Johann Ernstes 1626 als Wilhelm IV. den herzoglichen Thron. Auch dieser engagierte sich zunächst auf protestantischer Seite im Dreißigjährigen Krieg, wurde 1631 schwedischer Generalstadthalter von Thüringen und 1632 Generalleutnant der schwedischen Armee. Das zweithöchste Amt in der Armee nach dem König Wilhelms Hoffnungen, durch den Krieg sein Territorium zu vergrößern, erfüllten sich jedoch nicht. Zudem geriet er nach dem Tode des schwedischen Königs Gustav II. Adolf in zunehmendem Gegensatz zu dessen Kanzler Oxenstierner, der nach dem Tode des Königs die Leitung der schwedischen Politik übernahm. 1635 trat er deshalb dem Pagerfrieden zwischen dem Kaiser und Kursachsen bei. Der Dreißigjährige Krieg war damit für das Herzogtum Sachsen-Weimar beendet. Der Dreißigjährige Krieg hatte für Sachsen-Weimar, wie für so viele andere deutsche Länder, auch katastrophale Folgen. Zwar blieb die Hauptstadt Weimar von Kriegshandlungen weitgehend verschont, da sie abgelegen von den großen Herrstraßen lag und sich die Landsknechtsarmeen deshalb kaum dorthin verirrten. Dies führte allerdings dazu, dass viele Menschen nach Weimar flohen. Zeitweise beherbergte die Stadt mehr Flüchtlinge als Einheimische. Die Überbevölkerung führte zu Pestepidemien. Die ländlichen Gebiete des Herzogtums wurden dagegen stark durch Kriegshandlungen in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem Ende des Krieges ließ der Herzog 1642 eine Landesvisitation durchführen, die das ganze Ausmaß der Schäden offenbarte. Die Hälfte aller Wohnungen und fast der ganze Wiebestand waren zerstört. Zwei Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche lagen brach. Nach dem Ende des Krieges ging der Herzog planmäßig an den Wiederaufbau seines Landes. Bereits 1633 hatte er mit der Kammerordnung die Verwaltung des Herzogtums reformiert. 1647 erließ er ein herzogliches Patent, das jedem, der einen durch den Krieg verwüsteten Bauernhof wiederaufbaute und bewirtschaftete, eine zweijährige Steuerfreiheit gewährte. Den Wiederaufbau des Weimarer Schlosses konnte er beenden. Auf kulturellem Gebiet leistete er Großes. 1650 wurde er Oberhaupt der fruchtbringenden Gesellschaft, die von Köthen nach Weimar umzog. Von seinen weiteren Brüdern wurde vor allem Bernhard von Weimar bekannt. Einer der größten Herrführer auf protestantischer Seite während des Dreißigjährigen Krieges. Territoriale Veränderungen des Herzogtums Während dieser Zeit kam es zu bedeutenden territorialen Veränderungen, 1638 waren die Herzöge von Sachsen-Coburg-Eisenach ausgestorben. Ihr Gebiet wurde zwischen Weimar und Sachsen-Altenburg geteilt, zwei Drittel fielen an das Herzogtum Sachsen-Weimar. Das so vergrößerte Herzogtum wurde allerdings fast sofort wieder erneut geteilt. Wilhelm hatte zunächst seine jüngeren Brüder an der Regierung des Herzogtums beteiligen wollen, doch um sich von dieser Verpflichtung zu befreien, wurden 1640 für diese die Herzogtümer Sachsen-Eisenach und Sachsen-Gotha abgeteilt. Sein Bruder Albrecht von Sachsen-Eisenach verstarb allerdings bereits 1644 ohne Nachkommen. Und das Herzogtum Sachsen-Eisenach wurde daraufhin zwischen Weimar und Gotha geteilt, so dass die Hälfte wieder an Weimar zurückfiel. 1583 waren die Grafen von Henneberg-Schleusingen ausgestorben. Da sich Ernestina und Albertina nicht über die Erbschaft einigen konnten, wurde die Grafschaft Henneberg zunächst gemeinsam verwaltet. Diese gemeinsame Verwaltung wurde 1660 aufgelöst und der im K-Lehr-Teilungsvertrag von 1554 vereinbarte weimarische Anteil der ehemaligen Grafschaft daraufhin mit dem Herzogtum vereinigt. Niedergang des Herzogtums bis zum Anfall von Eisenach Herzog Wilhelm IV. Starb 1662. Sein ältester Sohn Johann Ernst II. folgte ihm als Herzog. Johann Ernst II. gehört nicht zu bedeutenderen Herrscherpersönlichkeiten auf dem Weimarer Thron. Er war eigentlich nur für seine Jagdleidenschaft bekannt. Die Regierung überließ er zum großen Teil seinem Kanzler. Auch die kulturellen Aktivitäten seines Vaters setzte er nicht fort. Der Schlossbau wurde eingestellt, die Hofkapelle wurde entlassen und die fruchtbringende Gesellschaft zog nach Halle um. 1672 kam es erneut zu territorialen Veränderungen im Herzogtum. In diesem Jahr starb die ältere Linie der Herzöge von Sachsen-Altenburg aus. Sachsen-Altenburg wurde zwischen Weimar und Gotha aufgeteilt, wobei Sachsen-Weimar ein Viertel, Sachsen-Gotha drei Viertel erhielt. Da sich Sachsen-Weimar somit geringfügig vergrößerte, ergab sich die Möglichkeit einer neuen Landesteilung zwischen Herzog Johann Ernst II. und seinen Brüdern und diese Teilung wurde auch sofort durchgeführt. Eisenach und Jena wurden von Weimar abgeteilt und den beiden Brüdern übergeben, womit die Herzogtümer Sachsen-Jena und Sachsen-Altenburg entstanden. Da auch noch das aus der Teilung von 1640 hervorgegangene Sachsen-Gotha existierte, bestanden somit wieder vier ernestinische Herzogtümer in Thüringen. Herzog Johann Ernst II. verstarb 1683 und seine beiden Söhne Johann Ernst III. und Wilhelm Ernst folgten ihm gemeinschaftlich als Herzöge. Johann Ernst III. ging als Trinker und Raufbold in die Geschichte ein, der einmal seinen eigenen Kanzler bei einem Wutanfall aus dem Fenster warf. Er wurde deshalb bald von seinem Bruder entmachtet. Obwohl offiziell bis zu seinem Tode regierender Herzog, wurde die weimarische Politik immer mehr von Herzog Wilhelm Ernst bestimmt. Dieser war geprägt von einem strengen Luthertum und einer bigotten Frömmigkeit. Er knüpfte an die kulturellen Leistungen seines Großvaters an, errichtete das Jagdschloss Ettersburg, gründete die Hofkapelle neu und ließ eine Opernbühne anlegen. Johann Sebastian Bach war zeitweise Hoforganist an seinem Hof, von diesen trennte er sich allerdings später im Streit. 1690 starb die Linie der Herzöge von Sachsen-Jena aus und Teile des kleinen Herzogtums fielen daraufhin an Sachsen-Weimar zurück. Als Johann Ernst III im Jahre 1707 verstarb, machte Wilhelm Ernst dessen Sohn Ernst August I. zu seinem Mitherzog, ohne diesen jedoch wirklich an der Regierung zu beteiligen. Da Wilhelm Ernst kinderlos starb, trat Ernst August 1728 seine Nachfolge an. Ernst August I., der letzte Herzog von Sachsen-Weimar und zugleich der erste Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, ruinierte das Land finanziell völlig. Er unterhielt eine für die finanziellen Möglichkeiten des kleinen Landes völlig überdimensionierte Armee, gab Unsummen für seine Bauwerke aus, war der Jagdleidenschaft verfallen und nannte über 1000 Hunde und 370 Pferde sein eigen. Nachdem seine Frau früh verstorben war, hatte er mehrere Geliebte gleichzeitig. Politisch versuchte er in Sachsen-Weimar den Absolutismus einzuführen und geriet deshalb im Gegensatz zu den Landständen, denen er ihre Wehrbrieften mit Bestimmungsrechte streitig machte. 1741 starb die Linie der Herzöge von Sachsen-Eisenach aus und dieses Herzogtum fiel damit erneut, diesmal dauerhaft, an Sachsen-Weimar. Ernst August I., nun Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, führte für seine Familie das Prinzip der Primogenitur ein. Somit wurden weitere Landesteilungen vermieden. Ernst August I. starb 1748 und wurde von seinem Sohn Ernst August II. Konstantin beerbt. Mit der weiteren Geschichte des Landes beschäftigt sich der Artikel über das Herzogtum, später Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, Herrscherliste, Siehe-Liste der Herzöge von Sachsen-Weimar. Fußnoten, Georg Wilhelm Sante, Geschichte der deutschen Länder, Territorien Plötz, BD 1, die Territorien bis zum Ende des Alten Reiches, A. G. Plötz Verlag, Würzburg 1964 S. 468.